Moin Leute, hier sind wir wieder und mit Walking Dead in der ersten Episode. Jawohl, wir sind hier angekommen letztes Mal und werden jetzt auch hier weitermachen. Wir haben das Mädel hingesetzt, die Kleine. Und ja, jetzt gucken wir mal, oder? Gucken wir uns mal, was die Welt ist. Es ist nicht die größte Worte, aber es wird die Arbeit gemacht. Ja, ja, ja. Wir quachen, wir quachen. Hey, da, Kenny. Kenny. Ich weiß nicht, was wir hier? So, was ist Ihr Plan? Wir werden zurück in Lauderdale und lassen das messen werden. Die Regierung starten zu handeln, die Schmerzen der National Guard machen. Auf der odden Chance, dass das auch so schlecht ist, wir können auf meinem Boot, ich glaube. Okay. 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 Wie ist dein Kind? Gut, ich denke. Katja hat eine Freundin in Memphis. Wir sind zurück, von ihr zu besuchen. Wir waren in einer Gas Station und ein paar Leute hat meinen Kind. Ich dachte, er hat ihn gebraten. Ich hatte den Mann in zwei Sekunden und... Christ. Ich bin nur Glück, dass ich da war. Wir sahen viele Körper bevor wir auf Herschel. Aber wir sind eine schwerste Familie, Lee. Ain't nothing gonna faze uns. Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? No, no. No kids. We'd have liked one then. You know. See you. So. Kids haben wir auch. Wieso ist die Kamera so nah? Ist das immer so? Ist das immer... Ist das irgendwie so? War das letztes Mal schon so? Das kommt mir so komisch vor. Das ist immer so abgeschnitten hier. Habe ich da was gemacht? Nee, habe ich nicht, oder? Did your daddy give you that heart? Mhm. You having a nice time with Katja Clementine? Ja. Ja. Find sie toll. Hey there girls. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh. How's that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway. It's almost like we didn't see people eating each other for the past three days. It's peaceful here, no? How did you handle getting through this city? Kenny just drove. Some? We passed so many people that needed help and we just passed people over some. Just... just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Anybody in their right mind would. Families and barbecues and beers with good friends. All of those things. Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? So, uh, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Eh? No. I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamber back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Back in a bit. Okay, Lee. dass du deinem arbeit verloren hast einen ich habe meinem arbeit verloren wirst wollen wir hier rein? yes we can oh, nix so leut du nix so leut du oh hi du so? 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 wie jetzt? ach so soll ich quatschen mit dem? ja ich habe das gefürchtet oh mein goodness oh mein fucking goodness kann man nochmal was machen? du so? 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 du moe? du? du is to be good! what a fuck? Was machen, was machen? Gehe ich da oder gehe ich da? Gehe da. Ich werde doch helfen. Da sieht es auch nicht. Oh, ist schön, jetzt rüber, 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 lauf, mach doch was. Ja, mach doch was, lauf doch nicht weg. Scheichtrick. Scheichtrick. Arsch. Gehe da. Gehe da. Gehe da. Ich bin sorry. Sorry? Dein Kind ist alive. Du hast nicht gehe. Und du? Du hast sogar nicht versucht, was. Ich dachte, ich kann sie beide helfen. Du hast falsch gedacht. Und jetzt? Bitte. Gehe. Gehe. Und nicht zurück. Gehe. Du hast das Fahrrad nach Macon, wenn du es möchtest. Gehe da. Gehe da. Gehe. In dem Lade-Dienst, glaube ich. Oh, Scheiß. Oh, Scheiß. Oh, Scheiß. Oh, Scheiß. Hey, there. You friendly? Trucks run out of gas. Chew. Fuck! Core trapped! What? No! Help! Run! We can't take risks like this. And we can't just let people die, either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Worse. They put a lot of right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. We have kids with us. I see one little girl. What is it? I... I have to pee. I'd go out there again in a second. I bet you would. You're a dumb-careless kid. In a minute, Cleo. Yeah, wait a minute. They've got kids, Lily. What? Those things outside don't care. Maybe you should go join him then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Chris just ran out there. I don't give a flying fuck. We're in a war zone. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole. No. I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out. Or smash his head in. Kenny! Stop him! What do we do about this guy? Dad, it's just a boy. Lily, I'll handle it. You're hard, Dad. You need to crawl down. We reason with him. With the bloody end of an axe handle maybe. Nobody threatens my boy. Everyone chill the fuck out. Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you. Shut the fuck up. They will find us. And they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Ooh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. Dad, we get it. It's a big deal. Do you? You're not fucking acting like it. What if this was your daughter? Never would've happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Keys behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch! She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. And then, there'll be three. Then we deal with it then. But right now, we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it because that boy is bit- It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now! No! You don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect in here, too. You want to get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me, though, because it's me before anyone else in here! Jesus! Oh! I didn't want to kill him, man! They're alive! Oh! 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 Oh, man! Oh, man! Oh! Oh, no! Oh, no! Oh! 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 I'll be in the city! Oh! 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 Schloch. Schloch. Thanks. You okay? Yes. Just great, thanks. Uh, guys? Uh... Everybody down! Stay quiet! Wow! They're gonna get in! Shut up! Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and a itchy trigger finger. That was stupid! That was... Dad! So an arschloch. What the fuck? What's wrong with it? It's his heart! My pills! Nitroglycerin pills? Yes, we're out! We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there! Behind the counter where the pills are! What's wrong with it? What's wrong with it? What's wrong with it? It's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Uh, educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back siphoning what I can. You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. The pills. The pills. Yeah, I'd like to get pills. Passes mal auf. Wir untersuchen mal die Essenceboxe erstmal, ne? Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Yeah. Ich find's manchmal ein bisschen komisch. Also ehrlich gesagt. Ich find das ehrlich mal ein bisschen komisch manchmal. Weil er so braucht jetzt dringend seine Herztabletten und das... Also ich kenn das Spiel ja, ne? Also das ist ja nicht so... Ich hab' auch noch nie was gesehen oder so. Ich kenn das Ding halt. Und ähm... Auch jetzt demnächst... Ich weiß... Ich weiß schon eine Entscheidung, die ich treffen werde... Anders, als ich sie kenne. So, ne? Deswegen, ich versuch das immer so ein bisschen anders zu machen, als ich es kenne. Aber ich kann mich auch nicht mal an alles erinnern. Und ich weiß es auch nicht mehr so, weißt du? Also manchmal... Ich, ähm... Ich werd' das aber auch vielleicht dann erklären hinterher, ne? Wenn ich's nicht vergesse. Warum. Oder sagen halt. Eine Energieriegel. Geben wir auch mal mit, ne? Was haben wir hier? Noch ein Energieriegel. Hier. Ich hab' noch etwas zu essen, um zu essen. Nein, ich will ihr nichts geben eigentlich. Du bist willkommen. Bist du sicher, dass deine Frau es nicht braucht? Oh, okay. Ja, ich... Hallo? Ja, gib' es ihr. Ja, meine. Hast du gut gemacht. Okay. Ich wollte die gar nicht. Ich dachte, dass... Wolltsch... Also ich hab... Also tut mir leid. Ich wollte gar nicht. Ich wollte ihr das gar nicht geben. Sorry. Ich wollte das... Natürlich... Natürlich gebe ich dir das. Falls ich kann. Hi. Hi. Irgendwas Neues von Glenn. Oh. Wie? Was? Ich hab' doch was für dich. Wir sollten uns... So, ähm... Are you okay? What? Yeah, yeah. I'm fine. I just... I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is... Good. Despite the circumstances. Ja. 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 Ah, die ist schon süß, ne? Na, jetzt schon was Neues von Glenn. Okay. Wo ist der? Wo ist der? Ich wollte hier den... Ich wollte hier... Habe ich das Ding jetzt nicht mehr? Wo ist denn das? Ist hier noch ein Riegel? Energieriegel. Zack, den nehm ich jetzt. Also ja, wir sollen hier Tabletten suchen. Der braucht die unbedingt und so weiter und so fort. Das ist nicht viel. Aber hier geht's. Danke. Natürlich. Natürlich habe ich hier im Klang. Was denkst du denn? Ich tu mich immer im Klang. Da sind die 2 Pillen drin. Was haben wir hier? Energieriegel. Nehmen wir auch mal Mietbittchen. Können wir den alten... Was stoppte? Wie geht's? Ich bin nicht sicher, dass ich deinen Namen habe. Es ist Lee. Lilly. Mein Vater ist Larry. Larry, Lilly, Lee. Ich war nur, was ich früher zu tun hatte. Jeder war. Jetzt hat mein Herz wiederum gearbeitet. Und ich bin nichts zu tun. Und ich hatte die Angst vorhin mit meinem Vater. Das hat nicht geholfen. Wieso das denn? Denkst du nicht, was ist los mit ihm? Ist er von hier? Ich arbeite bei Warner Robins. Der Air Force Base. Ja, ich weiß es. Pilot? Nein, einfach Mechanical Admin. Ich arbeite mit ein paar Schit-Heads und Bureaucrats all day. Ich arbeite mit einem Flugzeug. Du? Ich arbeite bei UGA. Was denkst du über all das? Was ist da zu denken? Ja. 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 Du bist gut? Ja. Ich bin gut. Ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Ja. 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 Wir haben Kinder mit uns. Schon gut. Das ist mir schon mal gut. Ja. Wir haben Kinder hier. Eine Familie. Er und ich sind eine Familie. Ich bin gut. 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 Du bist nicht zusammen? Ja. Nein. Ich bin nicht ihr Vater. Ich habe sie in einer Haus, wenn ich aus Atlanta ausgetreten habe. Sie hat selbst überlebriert. Ich denke, die Mädchen hat es nicht geschafft. Oh. Ich hörte eine Antwort. Sie waren in Savannah. Sie war mit dem Sitter. Es war nicht gut. Sie ist Glück, dass du dich zu haben. Ich werde ihn zurückkommen. Das ist gut. Jetzt sind wir zurück. Jetzt sind wir zurück. Jetzt sind wir zurück. Gut. Soll es ja auch nicht, wa? Ein Geldautomate, das ist doch wichtig, dass wir jetzt mal hier ein bisschen Kohle... Wir brauchen Kohle. Wenn wir hier weiter wollen. Da ist die Lunchbox da. Die haben wir schon gesehen. Jetzt haben wir auch schon was gemacht. Gebe ich ihm so eine Riegel? Habe ich mit Tuck schon geredet? Nee, habe ich nicht. Heard oder seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? Cunt. I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, hm. Sure. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Agreed. Agreed. What is the problem? Can I sing or not? The green. Jesus. I think I'm gonna miss. They just eat. As far as I can tell, that's all I care about. And if one gets you. They eat you. And whatever's left comes back is one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah. I think so too. We better keep it down out of here. Yeah. Shhhhhh. I'm ashamed of them. You know the Ruhe? I have to do it. I have to do it. Isn't it? Hmm. Too bad we don't have a way to come out here and watch the news. Would be nice to know what's going on elsewhere. Atlanta's in rough shape and that's all I know. Yes, sir. I have to do it. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they are most of who you see wandering around out there. Hey man. Äh. Bei dem Baumarkt. Im Baumarkt gibt's Waffen. Oh. In America. So. Ja, gut. It's a combination mark. Haha. Ich will das natürlich nicht öffnen. Hey man. What are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there. For sure. Schuhe? Ja, ich hab Schuhe. Look at the one trapped over there. Everett. Better him or us, huh? Oh shit. What's up man? What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? Yes. I'm saying he might have the pharmacy keys. I don't know. Could be anybody, you know. They start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doug. I don't know. I don't know. I don't know. Look at the uniform though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Beweisen? How do we do that? Yeah, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Die Bumserei läuft schnell? Wie meint denn das denn du? Das ist ein Zeigelstien. Nee, das stimmt. Geh da rein. How'd you end up here? I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time. On the computer? No, just... doing my own thing. What about you? I grew up here. Been trying to get home since the day it came back. Oh, so you probably knew the owners then? Yeah, I did. Good people. Good people. Was war das? Was war das, ne? Ei, 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 ei. Wir gehen wieder rein. Ne, wir fragen nochmal. Do you think we're safe here? Well, I haven't been able to get through this gate so far. And the drugstore's safe enough, I think. Whoever owned it took good care of it. It's well stocked and it locks up well. What's everyone like in there? Oh, well, Carly's pretty nice. You know? Haha. Lily doesn't take any crap. She's been running the show, keeping people on watch, things like that. And our dad... Yeah, that guy. He's kind of a dick. Pardon my French. Kein Ding. Okay, give me rein. Okay, give me rein. Okay, give me rein. Also, weißt du... Grußkarte ist ja hier so mehr weniger, oder? Ja, das waren die Besitzer. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Schade. Wäre ein guter Witzig. Wäre ein guter Witz, ne? Aber ich hätte gemacht, diese Witz. Seitens Ausschnitte. Du kannst nichts erkennen lassen, oder? Ich weiß, Herr. Kann man jetzt nichts erkennen, ne? Hä? Die Bilder jetzt, meinst du? Okay. Ich denke... Kenny und Duck... Hier. Also ein Riegel. Das ist das viel, aber hier. Für den Boren. Oh, danke, Lee. Er hat mich zufrieden. Das ist sehr süß, Lee. Ich versuch's, Herr. Ich versuch's, Herr. Wie kann ich mit diesen Sachen, aus dem? Hey, Lee. Du hast wirklich gebt den alten Mannen. Ja. Wir haben gebeten, du. Du musst mir nicht erzählen. Ich war bereit, um den Mannen zu schrauben. Anyway, wir, Kat und ich, ich versuch's, deine Unterstützung. Danke, Lee. Ein Ding. Wenn du gut bist? Wir sind einfach gut. Es wäre gut. Wir sind einfach gut, als würde. Wie geht's dir? Wir sind alle ein bisschen. Wie geht's Duck? Wie geht's? Es ist okay. Es war nur ein Schock. Wir sind Glück, als Herr. Niemand wurde nabbeden auf den Weg in. Wir sind nicht so schlauert. Wie geht's denn? Sie ist gut, ich denke. Sie ist ein schwerer. Sie ist nur ein kleine Mädchen, Ken. Was hast du gesagt, Lee? Sie hat ein paar Tage überleben? Ja, das stimmt. Nicht nur ein kleine Mädchen kann das tun. Was ist der Plan? Ich sag die Wahrheit. Das sind ja mehr oder weniger... Sind das schon Freunde? Schuhe. Ja. Wir? Jetzt mal ehrlich. Nicht wir. Wir lassen diesen Mädchen sterben. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Es würde nicht viel nehmen. Das ist das, was ich immer denken. Ich immer sehen, seine Gesichter. Mann, guck mich. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was ist noch da? Also, ich finde nicht... Ich habe nicht... Also, ich finde nicht. Nicht so ganz. Also, ich bin nicht so... Also, ich denke nicht. Also, ich finde, wenn er sich... Jetzt mal ehrlich. Also, ich muss das mal so... Wenn ich das so hart sagen soll. Hätte er sich doch einfach anders verhalten. Einfach nicht, aber... Er hätte sich anders verhalten sollen. Hätten wir beide gerettet. Verstehst du? Das war eigentlich der Plan. Also, das war eigentlich der Gedanke. Also, das war eigentlich mein... Das verstehst du, wie ich mein? Ich muss noch mit Clemmy reden. Die war ja immer noch nicht am Klo, oder? Everything okay? Mhm. Mhm. Ich mag die total, ne? Totally. Totally. Was? Gebe ich hier jetzt auch ein? Die eine wollte... Habe ich hier das auch? Ja. Du bist unter ziemlich viel Stress. Danke. Das ist, äh... wirklich süß. Ja, so gut. Genau. Don't mention it. Ich hab dir nur was zu essen gebracht, ja? Oh mein fucking Gott. So, ich pass mal auf. Wir machen jetzt mal Schluss. Wir gehen jetzt hier rein. Und dann kommen wir auch wieder raus. Wieso ist sie jetzt mit? Nein, das mach ich nicht. Nein, ich mach das nicht. Lass mich raus. Lass mich bitte raus. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht über sie hier denken. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ja? Ich hab einen Arsch. Ich geh nochmal raus. Ich geh nochmal raus, weil ich möchte... Ich möchte nächstes Mal hier rein. Ja? Ich möchte gerne raus... Äh... Ja. Ich möchte gerne raus, weil ich nächstes Mal wieder rein möchte. You know what I mean? Hey there. Hi. This is Glen. And, uh, I'm kinda in a jam here. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? Sooo, I'm down at Penn Motor Inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I, uh, saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the roaming ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glen's trapped down at the Motor Inn. Hey, Glen. We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Ha, awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glen back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies, and you got your family here. I'll take Carly and her dead-eye down to the Motor Inn, get Glen, and get back here as fast as I can. If that's what you wanna do... Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use the jog. Yes, sir. So, my little Clementine. Can we do something with you? Everything is okay? Mhm. Okay. Können wir nicht. Alles klar. Also, ich hatte eigentlich... Also, ich weiß es auch nicht. Ich hab das alles ein bisschen anders in Erinnerung auch. Das tut mir sehr... Sehr wäre jemand schlecht. Jetzt geh ich nochmal hier rein. Einfach um zu speichern, ja? Denke ich. Hoffe ich. Was auch main? Ja, ich speichere. Genau. Jetzt werden wir hier Feierabend machen. Wir machen hier jetzt mal eben Feierabend. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.